Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Baldes G2, einfach eine Festung, Ebene 4. Tja, so sieht's aus. Ich bin jetzt schon mal wieder zurückgegangen aus dem Githyanki-Lager, hab da noch ein bisschen gelootet und ja, das war ja was im letzten Part. Einfache Githyanki, ein unvorsichtiger Drachenkampf, der Nira gleich erstmal aus dem Leben geboxt hat und dann, ja, noch wieder ein fieser Halbleichnam, der Jan letzten Endes eingekerkert hat. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass der dann aus der Gruppe entfernt wird und dann muss man ihn neu ansprechen und ihn wieder neu umwerben, damit er zurückkommt in die Gruppe. Das verstehe ich nicht so richtig, weil der ja regeltechnisch ist der ja keine acht Stunden weg, sondern eigentlich nur so 30, Ruhe, Razzat, ich rede, nur so 30 Sekunden halt, bis er befreit worden ist und eigentlich wäre es besser, wenn das dann ausgegraut wäre und hier wäre ein Zeichen, das da eingekerkert steht, ähm, das wäre sinnvoller, finde ich. Denn ich glaube, es kann sogar passieren, dass man aus der Romanze rausfliegt, wenn, ähm, weil das Spiel das denn so wertet, wenn jetzt Nira eingekerkert werden würde, wertet das Spiel das so nach dem Motto, du hast sie aus der Gruppe geschmissen, dann findet die das nicht toll und, ähm, naja, das ist halt erst ein bisschen doof geregelt. So, ich hab hier schon mal ein paar Fackeln angemacht. Man sieht ja hier auf dieser Ebene hier Rot, Rot und Lila, das hab ich hier schon mal gemacht. Auf der anderen Seite war es Rot, Lila und Blau, das heißt, ich hab jetzt hier schon, ähm, alles angemacht. Es fehlt nur noch das Blaue. Und dafür laufen wir hier jetzt einmal hin und zünden die letzte Fackel an. Damit sollte eigentlich, genau, da passiert was, sollte eigentlich diese Tür jetzt geöffnet werden. Wunderbar, die Fackeln wurden korrekt angezündet und, äh, ihr könnt weiter. Ich werde es sofort versuchen. Ist das ein Übergang? Ne, hier ist einfach noch eine Tür. Ja, okay. Also ich hab ja, also Razad, ne? Oh, wo, wo man... Razad ist ja mein bester Schleicher, aber der kann in der Rüstung anscheinend nicht schleichen. Dumm, dass ich das immer noch ausbaue. Ja, Rock und Garrock, an die erinnere ich, ich glaub, die konnten aber nur auffauen. Ha, Bruder, noch sind gekommen, unseren Schatz zu stehlen. Ich stelle ihre Knochen spalten und aus ihren Schädeln Meht trinken, auch wenn es hier kein Meht gibt, ja. Na, guck mal, die können nämlich auch Wirbelwind angriffen, aber Garrock ist schon schwer verletzt. Dimensionstür. Oh, warte, warte, warte. So, wir müssen hier trotzdem ein bisschen aufpassen. Da kommen Eis-Salamander, das ist ein Job für die Welle. Mal sie. Wo bist du? Da, okay, dann da rauf. Äh, der hat schon Angst, das machen die beiden da also. Das heißt, du gehst mal nach da, Masi, du gehst mal nach da. Du gehst hier rauf, rüfft, du machst den. Okay, das läuft doch hier. Er da oben ist ganz schön wieder weg. So, dann kannst du auch hier drauf gehen. Der ist gelähmt. Wunderbar, Victory on Clear. Wer hat den da umgeratzt? Zehn Schaden widerstanden immerhin. Moralversagen, Panik hat er jetzt auch. Geschoss von Jan. Ja, siehst du, Jan, ich bin, ich helfe hier. Wie kann ich helfen? Nee, so gehst du nach hier. Und jetzt gehst du mit dem Anführer. Quatsch. Die LeBarden-Time. Und jetzt kann er ruhig wegrennen. Masi wird den halt treffen, genau. Ganz egal wie, ganz egal wo. Hier sind zwei Tresore, jeder hat einen. Nein, das sind unsere Schlafstätten. Jeder hat sich abgeschlossen, weil wir ja nicht vergewaltigt werden wollen von den Eis-Salamandern. Äh, ja, okay, I guess. Sagt mir, was zu tun ist. Ist schon geschehen. Okay, alles klar. Der hat auf jeden Fall eine Streitachs plus drei. Toll. Und, äh, sein Kumpel. Ich bin dabei. Der hat auch eine Streitachs plus drei, aber der hat eine Axt, die ich auf jeden Fall haben will, nämlich die Axt der Unnachgiebigkeit plus drei. Wips zweite Waffe. Rüstungsklasse-Bonus von minus eins und Regeneration. Ein Trefferpunkt pro Runde. Ist einfach gut. Tatsächlich. Und man kann die Axt auch noch verbessern. Und das machen wir jetzt auch sofort. Und dann hat Hindus... Naja, die göttliche Rage hat dann tatsächlich ausgedient. Man mag es kaum glauben. Aber, äh, ja, die ist dann, äh, die ist dann, äh, die... Nach langer, langer Zeit wird sie dann aussortiert. Genau. Dann haben wir ja hier doch noch ein bisschen was anderes vor. Aber erstmal müssen wir hier mit Jan noch die... Also, das ist nun wirklich kein Problem. Aha. Wenn das eine eine Falle ist, wie wahrscheinlich ist das, dass das andere dann kein... Ach so, okay, das ist abgeschlossen. Gut, dann kann das sein. Ja, wenn es denn sein muss. So. Alles klar. Die Seite brauchen wir nicht. Über Ton-Golems. Wir haben das Buch nämlich schon so gut verbessert, wie es geht. Wir gehen halt davon aus, dass man erst später zu Abasigal geht und die Wache eine Festung vorher macht. Aber wir haben hier halt schon Golem-Konstruktion, äh, Koloss-Golem-Beschwören. Das ist halt deutlich besser. Wir nehmen die trotzdem mal mit. Aber wer, der bietet uns an, den dann schlechter zu machen. Vielleicht kann man dann allerdings auch nur mehr Golems beschwören. Hier ist der Kristallschläge. Quest-Gegenstand. Kann sogar sein, dass wir gleich nochmal EP kriegen. Dafür. Nö. Damit können wir jetzt das Glas zedeppern. Sechsmal draufhauen, ist da Ende Gelände. Aber bevor wir das machen, Sagt mir, was zu tun ist. Verlassen wir mal diesen Ort, in dem wir einfach an allen Schutzmechanismen vorbei, mit unserem göttlichen Blut. Ich meine, die Schutzziegel hat die auch Helm errichtet. Das heißt, wir wären dann ja besser als Helm. So, wir gehen nämlich jetzt mal hier hin. Zeigt mal, was ihr loslegen könnt. Benötige flüssiges Quecksilber. Aha. Den Läuterer. Schwert der Seelentein. Mit Herz der Verdammten haben wir auch nicht. Heiliges Rächer-Schwert. Genau. Sternendorch und fünf Sternsafire. Sicher. Gucken wir mal, was das bringt. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Können Sie dreckig werden hier. Wir brauchen die Kohle ja nicht. Die Waffe brauchen wir wahrscheinlich auch nicht, aber gucken wir uns gleich an, was das hier kann. So, wir wollen ein bisschen durchmachen hier. weitergucken. Oh, heiliges Ohr. Oh, was denn das? Scharf. Scharf. Ixhils Dorn und Ixhils Nagel. Genau. Gucken weiter. Aha. Axt. Haut Köpfe. Als wenn's nix wird. Gefällt mir das. Genau, ihr habt eine Balor-Klau und die Axte und Nachgiebigkeit haben wir gerade gekriegt. Her damit. Echt super gut. Da müssen wir dann aber mal gucken, was wir Bipp in die Fronthand packen und was nicht. Aber, so, gehen wir mal hier schnell durch. Ist guter Stab. Kabumm. Gibt schönen Knall, wenn man auf Kopf lebt. Das ist der Widderstecken. Und drohen. Ach, dacht mal, das ist die Roranachshorn. Das ist der, ähm, Helm, den wir von diesem, von Gromir Ilkan bekommen haben, meine ich. Und da war ich ja so, wozu braucht man den? Aber zum Glück habe ich den nicht verkauft. So. So. Die müssen auf jeden Fall noch Mon... Nee. Waffe. Hüpfle Leibarde, den Schlangenschaft, den finden wir noch in der wachenden Festung. Ein Krummsägel. Spektralfeuer, wenn ihr den Schädel des Leichnams findet. Leider nein. Ah ja, hier, wilder Waldläufer. Was ist das? Habt ihr einen Hammer? Ach, den grünen Hammer können wir auch noch nicht. Aber wir haben einen Drachen getötet, ausgezeichnet. Machen wir nochmal die neuen Drachenschuppen. Die haben wir zwar nicht getötet, die haben wir ja auch nur gefunden. Die Weißen. Die sind aber auch ganz gut. Was hat er denn jetzt auf den Fußboden gelegt? Ach, guck mal, der Drachen schuppenpanzer kann anscheinend auch noch dreimal am Tag Kältekegel. Zehn wie viel plus zehn. Gar nicht mal so bad. Das ist halt echt ganz gut hier. Und vor allen Dingen ist die gut, weil die auch von Droiden getragen werden kann. Das ist halt echt ganz gut. Nur weil das eine Rüstungsklasse von minus zwei hat, ist schon nicht schlecht. Auch wenn Rüstungsklasse, ich sag's ja immer wieder, nicht ganz so wichtig ist. Da müssen wir mal gucken. Ich geb die erstmal ihm. Und den Widderstecken geb ich erstmal ihm. Den können wir schon mal angucken hier. Das ist jetzt 15% Wahrscheinlichkeit, dass es zurückgeworfen wird. Ist eine Waffe. Trifft wie plus sechs. Macht jetzt ein wie sechs plus zwölf. Also fünfmal Schaden, einfach 60 Schaden zusätzlich. Und das wird auch nochmal fünf gemacht hier. Das ist tatsächlich eine Waffe, die ich ihm vermutlich anstelle von Kase mir geben würde. Erstmal. Einfach, das passt auch zu ihm besser, hier so ein langer, kräftiger Start, als Magier natürlich, Hust, Hust. So, und wir haben hier, wir haben hier jetzt die Achse und Nachgiebigkeit. Bei 10% der Treffer wird das Ziel enthauptet. Rettungswurf gegen Tod minus vier, Consti plus eins, RK minus, K bonus minus eins ist auch gut und Regeneration drei Trefferpunkte pro Runde. Das ist so doof im Zusammenhang mit diesem Ring hier, der ja auch nochmal einen Trefferpunkt alle drei Sekunden regeneriert. Es ist halt einfach doof. Und, ähm, ich glaube, ich, so, ich glaube, ich werde das so machen. Bastardschwert in der einen Hand, Axt in die andere ist schon eine coole Kombination mit Schwert und Axt zu kämpfen. Ähm, göttliche Rage wird abgemustert. Also, wir danken für die treu geleisteten Dienste. So, da haben wir ja wieder Platz. Da haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Und, ja, jetzt hat Bip sozusagen die Waffen, die er so haben möchte. Und, äh, ja, Bastardschwert und Axt, das wird richtig, richtig gut. Hm, und wir gucken, wir haben nämlich noch ein bisschen mehr, was wir hier so holen können. Die Sprüche hier sind auch immer so geil. So, die Lebade, da sehe ich uns ja dann bald. Hammer, mhm. Moment, ein Handschuh, Badenhandschuhe, klar. Nehmen wir auch nochmal mit. Das ist auch ganz krass. Und mein Kumpel Giroldeloh, ne, der sagte dann zum Beispiel, er war in der Waffenentfestung noch nie so weit unten, weil das optionaler Content sei, das ist natürlich richtig, aber es entgehen einem noch so viel EP und so viele gute Gegenstände und auch so viel vom Spiel einfach, wenn ich daran denke, wir sind da jetzt ja schon seit über 10 Parts drin. So, das ist der Umhang und man muss sich bei einigen Sachen auch tatsächlich entscheiden. Also, so, mal gucken, die Badenhandschuhe, Rüstungsbonus, Zauber, plus 1, zweiter bis vierter Grad, das klingt nach Jan, der kann die nämlich tragen. ETW 0, Bonus minus 2, nur für die Zweithand, das ist auch gut, aber kann halt nur von Waldläufern benutzt werden. wäre gut, wäre ein guter Umhang für alle zwei Waffenkämpfer, aber nur Jan kann den theoretisch tragen, aber wir können ihm den trotzdem mal geben, denn ich glaube, seinen Elfenumhang im Schatten verstecken, das braucht er eh nicht und alles, was Rüstungsklasse bringt, Armbänder des Bogenschützen, ja, das macht das hier auch nochmal besser, dann kriegt er die doch auch, dann kann er gleich noch ein bisschen besser zaubern, das läuft doch alles, und da sind Schurken nämlich richtig cool und schurkische Klassenkombinationen noch viel mehr, weil die dann nämlich, also ein Kämpfer profitiert von solchen Gegenständen, die er eigentlich nicht tragen kann und die da helfen sollen, sozusagen schlechtere Nahkampfklassen besser zu machen, profitiert ein Kämpfer, Schurke davon natürlich ganz ungemein. So, prima. Ich glaube, das reicht erstmal hier. Wir wollen ja heute noch ein bisschen was schaffen, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück. Alles andere können wir später verbessern. Ja, den Hammer haben wir. Das ist richtig nice hier, der Dude. Seine Rüstungsklasse ist auch richtig nice. Schicks Kettenhemd. Das ist schon ziemlich nah am Optimum dran, so habe ich mir doch immer vorgestellt. Ich hoffe, das bringt was. Sagt mir, was zu tun ist. Dann haben wir jetzt haben wir jetzt noch relativ viel zu tun hier. Wir speichern nochmal. Leider kann man mit dieser Enthauptungs-Axt kann man leider nicht na, also diese Balken zum Beispiel, Abasigal war dagegen immun, aber als ich bei seinem Sohn Drakonis war, der war dagegen nicht immun. Den konnte man mit dieser Enthauptungs-Axt dann nämlich enthaupten. Und weil ich sonst, wenn ich gespielt habe, die Waffen der Festung immer schon gemacht hatte und man die Balor-Klaue bei Yagashura findet, hatte ich dann in der Regel schon diese Super-Axt. Oh, wie viele Schläge mit dem Hammer werden wir denn brauchen? Sechs. Ihr schlagt sechsmal auf das Glas ein, dann wartet ihr gespannt, der magische Käfig beginnt zu vibrieren. Hoher Sumpturn, eine Sekunde später zerfällt der Käfig zu Staub. So. Dann lasse ich euch leben, Sterbkriecher-Rifferwurm, geht mir aus den Augen. Ja, euch auszuweiden würde, würde ich natürlich nicht sagen, aber ich glaube, der hat den Tod schon verdient. Ich weiß auch nicht, ob der was hat oder ob der nichts hat. Keine Ahnung. Aber er kann mir, da ich aber eine gutmütige Person kann ich sowas einfach nicht tun. So, ich danke euch, mein Herr, ihr seid wahrlich eine globe Seele, wertlose Blablabla, nehmt mein Tagebuch, vielleicht kann es euch dabei helfen. Ja, und wo geht er jetzt hin? Robert an Erfahrung gewonnen, 10.000. Carstens Tagebuch, ich würde hier ja so gerne erkommen. Genau, und da haben wir jetzt ja jede Menge Notizen gesammelt, ich könnte die jetzt auch alle suchen, allerdings habe ich das nicht tun, ich habe mir die schon mal alle im Vorfeld rausgeschrieben und ein Foto davon gemacht und das heißt, wir werden jetzt hier mal ein Stück weit so gucken, alles klar. Also, erstmal werden wir jetzt Glück noch ein bisschen besser machen. Leute, trete zurück, Glück kümmert sich um die Maschine. Wir speichern mal, wir können das Spiel nicht speichern, solange er da noch verschwindet. Also, verschwinden Sie bitte schneller, danke. Gut. Also, die Maschine von Lumen den Verrückten scheint fest am Boden montiert zu sein, das bizarre Gerät ist auf allen Seiten mit Hebeln, Reglern, Schaltern und Knöpfen überzogen. Die Maschine von Lumen den Verrückten vibriert vor Macht. Es wirkt fast so, als ob sie euch herausfordern will, sie zu benutzen. Ihr seid auf jeden Fall davon überzeugt, dass ihr eure Experimente auf die Steuerung am Hauptschaltbrett beschränken solltet, und selbst dann wird das wahllose Umlegen von Schaltern vermutlich noch immer eine Katastrophe auslösen. So, was wollt ihr gucken? Also, zuerst wollen wir für 5% mehr Magieresistenz, wollen wir zuerst den, ähm, blauen Regler umlegen. Achso, jetzt ist natürlich, ich habe ja gespeichert, jetzt ist natürlich die Frage, okay, Button ist Knopf, Dial ist wahrscheinlich der Regler. Ja, wir legen den blauen Regler um. So, die Mandine klickt und so weiter. Ja, ja, da passiert nichts, man muss immer drei Knöpfe drücken. So, jetzt, ähm, legen wir den grünen Regler um. Und dann legen wir den langen Hebel um. Immer am langen Hebel ziehen. So, und das heißt, das könnte alles passieren. Ja, hat Magierwiderstand gewonnen. Sehr schön. Das funktioniert aber, glaube ich, auch nur einmal alles. Glaube ich. Falls nicht, also wir speichern erst mal, ich probiere das dann nochmal offscreen aus, ähm, dann könnte sich hier nämlich jeder irgendwie was holen. So, jetzt holen wir, drücken wir den dreieckigen Hebel. Dreieckiger Knopf. Dann drücken wir den grünen Regler. Da drehen wir dran. Und dann, die wollen nur den mittleren Hebel vielleicht ziehen. So, haben wir nämlich einen Streitkolben gewonnen. Den Sturmstern plus drei, den kann man, glaube ich, auch noch verbessern. Stammt anscheinend aus Nesseriel, bla bla. Elektrische Entladung kann man halt verbessern. Hier noch, dann ist der, glaube ich, nicht mehr ganz so doof. Aber jetzt, so eine Waffe lockt uns natürlich erstmal nicht mehr hinter dem, hinter dem Sofa hervor. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt drücken wir, jetzt machen wir folgendes. Jetzt drücken wir den kurzen Hebel zuerst. Dann den mittleren Hebel. Und dann den Square Button. Das ist wohl der quadratische Knopf. So. Und damit haben wir plus einen Stärke gewonnen. Sehr gut. Damit ist Bippe bei Stärke wieder bei 20. Das freut den Fachmann. Und der Laie wundert sich. Hm. Dann müssen wir mal gucken. Dann holen wir uns jetzt als nächstes Konstitution. im ersten Teil war das halt so. Da konnte man immer diese polyanten Leitfäden lesen. Hier kriegt man nur über diese Maschine hier Bonus-Stats so richtig. Also. So. Den runden, den roten und den langen Hebel ziehen. So. Konzip plus eins. Damit sollte er jetzt noch schneller regenerieren. Ich habe über 150 Trefferpunkte dadurch. Alles ist gut. so. Beschicklichkeit werde ich ihm aber glaube ich auch geben. Der wäre ja natürlich auch hier gut aufgehoben, aber so viel wird die im Fernkampf nicht mehr machen. Nee, kriegt bei der da. So. Ähm. Den Square Button. Quadratischer Knopf. den blauen Regler. Und den kurzen Hebel. Geschicklichkeit gewonnen. Auch sehr schön. Haben wir vielleicht sogar noch eine Rüstungsklasse dazu gekriegt. Das freut alle. hier was zu tun ist. Und, ähm, so. Jetzt haben wir noch permanent Weisheit, Intelligenz und Charisma. Wenn ich die gebe, kann ich dann offscreen gucken. Das sind sozusagen die letzten Effekte, die man hier abholen kann. Wir öffnen aber noch die Tür zur nächsten Ebene. Und das steht im Tragebuch, glaube ich. Das ist der dreieckige Knopf. Und dann ist das der grüne Regler. Und dann Oh nein. Oh nein. Im Moment nichts mit der Maschine tun. Scheibenkleister. Okay. Haben mich verklickt. Eine Rot-Grün-Schwäche. Da geht's wieder los. Also wir brauchen erst den also den dreieckigen Hebel. Dreieckiger Knopf. Das ist hier wie bei Kleinkindern. Das Grunde müssen wir jetzt eckigen. Wir brauchen aber den roten Hebel. Hier hat sich ja Rot-Grün-Schwäche schon fast wieder gerecht. Und dann brauchen wir den mittleren Hebel. Und wenn das jetzt richtig ist, bis zu diesem Zeitpunkt nicht intakte nicht aktive magische Tor geht auf. Magische Energie und Tanzesportal. Der Weg hinunter ins nächste Stockwerk ist frei. Alle kriegen Fett-EP. Alle steigen dann aber auf. Das macht gleich offscreen. Und dann entscheide ich mich, wer die letzten also wer die geistigen Attribute gekriegt. Ich glaube, Wyck hat mit 21 Intelligenz weiß Gott genug, aber ich glaube, sie würde von Intelligenz von 17 auf 18 durchaus noch profitieren. Also tatsächlich noch profitieren. Deswegen würde ich ihr das geben. Weisheit ist, glaube ich, egal. Das könnte theoretisch auch er kriegen. Aber ich hatte hier wieder einen geraden Wert und Charisma braucht eigentlich keiner von uns hier so richtig. Das heißt, Charisma wird wahrscheinlich auch einfach mitkriegen. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir doch wieder viel geschafft. Im nächsten Part sind wir dann schon auf Ebene 5 unterwegs. Hau dir rein. Ach so, wenn man hier zufällig was rumdrückt, passieren in 10 unterschiedliche Effekte passieren. 9 von denen sind scheiße, also entweder Schaden oder EP-Verlust oder Versteinern oder sonst irgendwas. Und wenn man Glück hat, kann man aber auch 100.000 EP bekommen. Aber da werde ich jetzt nicht ewig gambeln, bis das der Fall ist. Also, haut dir rein, bis dann, ciao.